Und? Dir haben's. Und? Und? Links halten und auf die Autobahn fahren. Vielleicht. Fotografen. Wobei man durchbessert in die Richtung. Wir haben hier Bretanien. Nach 300 Metern im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. So lieber Michi, was sind deine ersten Eindrücke von Marokko? Meine ersten Eindrücke sind eigentlich wunderbar. Also ich war sehr überrascht von der Ruhe. Ich hab sehr viel Trubel erwartet am Flughafen und davor eigentlich. Und das war überhaupt nichts. Und auch die Reise bis jetzt. Ich schalte mich sehr entspannt. Und auch den Eindruck, den ich so von der Bevölkerung habe, liegt sehr entspannt auf mich. Aber ich war sehr entspannt. Die anderen Eindrücke sind ja so sehr entspannt. Und das sind viele T-Germain. Die anderen Eindrücke sind ja so schnell hopsen. Vielen Dank.